Ich weiß seit sieben Jahren davon. Durch eine Mission in Brasilien. Festnahme eines flüchtigen Verbrechers. Als er ankam, vernichtete er die Einheit in Sekunden. Das Ziel hat übermenschliche Kräfte. Er hatte das gleiche Mal wie du, Cole. Das ist ein Geburtsmal. Das heißt? Er kam damit zur Welt. Cole, das ist kein Geburtsmal. Du wurdest auserwählt. In der Geschichte wird in verschiedenen Kulturen der Welt immer wieder ein großes Turnier erwähnt. Der Champions. Dieses Drachenmahl. Ich glaube, es ist eine Einladung zur Teilnahme am sogenannten Mortal Kombat. Das sind deine Champions. Ich bin Sonya. Das ist Kano. Ich bin Luke. Ich heiße Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Das Schicksal der Erde liegt in unseren Händen. Ganz egal, wie viele meiner Leute ihr unter die Erde bringt. Wir werden nicht scheitern. Bringt sie um. Ich bin Sub-Zero. Ich bin Sub-Zero. Komm her. Komm her. Fühl es los! Keiner gewinnt. Du verschissenes Prachtstück.